Oh, Kamikaze! Runter! Wow! Mit Captain Scoomer biete ich euch spannende Videos mit dem Schwerpunkt DayZ. DayZ ist das, was mein Kanal ausmacht. Das war ärgerlich. Oh, fuck! Das ist noch ärgerlich. Was geht hier ab? Videos von anderen Spielen sind jedoch nicht selten. Um meine DayZ-Videos mehr von der Masse abzuheben, gebe ich mir sehr viel Mühe, spannende und neue Sachen zu erleben, um genauso die professionelle Schnitttechniken anzuwenden. Meine Ausbildung als Mediengestalter hilft mir dabei. Videos, die am 20-minütigen Laufsimulator gleichen, gibt es bei mir nicht. Mit einer wachsenden Community, mit der ich aktiv Kontakt halte und die ich auch oft auf DayZ-Servern treffe, versuche ich einen professionellen DayZ-Kanal aufzubauen. Jeden Sonntag gibt es übrigens auch eine folgewöchentliche News. Wenn ich euer Interesse erweckt habe, schaut doch mal vorbei. Das Abenteuer erwartet uns. Und Musik gibt es natürlich auch. Ich lock mich ein, bin im Spiel drin, alles durcheinander. War doch gestern noch total woanders. Kann es sein, dass hier mal wieder ein Hacker war oder nein? Ich wollte ja gestern dreimal überfahren. Ich versuche mal wieder etwas aufzubauen. Ah, geil, Ramm. Neuro ist. Er ist tot. Arscharte. Ach so. Ach so. Ach so. Ach so. – Ich versuche mich, Isn't It? Vielen Dank.